Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mathematik und heute mit den komplexen Zahlen. Heute kommt was dazu, was wir uns bei den letzten Zahlendefinitionen noch nicht angeguckt haben und wir definieren das alles auch wieder formell heute. Denn ja, dieses riesige Ding, was wir in der Mitte sehen, ist I und I ist irgendwie, naja eklig, aber gut, andere Geschichte. Also wir haben zunächst einmal dieses C hier, das ist der Buchstabe für die komplexen Zahlen, der bezeichnet einfach alle möglichen komplexen Zahlen und wir haben I, das da irgendwie noch mit reinspielt. Schauen wir uns erstmal kurz die formelle Definition von I an. I wird bezeichnet als die sogenannte imaginäre Einheit. I bedeutet im Endeffekt, oder besser gesagt, I ist definiert so, nämlich mit I². I². I² ist definiert als minus 1. Und das ist weird, denn wie soll das jemals passieren? Was passiert normalerweise, wenn wir eine Zahl mit sich selbst multiplizieren? Naja, sie wird größer oder kleiner. Je nachdem, wenn wir 0,5 mal 0,5 machen, haben wir 0,25 am Ende. Wenn wir 1 mal 1 haben, haben wir immer noch 1. Wenn wir 2 mal 2 machen, haben wir 4. Aber vor allem, wenn wir minus 2 mal minus 2 haben, also minus 2 quadrieren, haben wir normalerweise was Positives, nämlich plus 4. Denn minus mal minus gibt plus. So, und da dachten sich die Mathematiker, Mensch, komm, lass mal was definieren, was eigentlich so nicht existieren kann. Nämlich eine Zahl, die mit sich selbst multipliziert minus 1 ergibt. Das kann so in der Hinsicht bisher nicht existieren, denn, naja, alle negativen Zahlen und alle Zahlen, die ich in den reellen Zahlen drin habe, wenn ich die mit sich selbst multipliziere, dann kommt immer was Positives bei raus. Und deswegen gibt es die imaginäre Einheit, weil es die so gar nicht geben kann. Und das ist eben dieses I. I² ist einfach definiert als minus 1. Und damit passiert was Lustiges. Jetzt hat nämlich plötzlich auch minus 1 oder generell jede negative Zahl plötzlich 2 Wurzeln. Das war bei den Positiven davor schon so. Das heißt, die Wurzel aus 4 ist halt definiert als 2, aber halt auch als minus 2. Weil minus 2 mal minus 2 ist auch plus 4. Und jetzt haben wir das plötzlich auch mit allen negativen Zahlen. Und das ist einfach nur über die Wurzel definiert. Das heißt, ja, wir müssen uns jetzt noch ein bisschen was anderes überlegen. Wie schreiben wir denn eigentlich jetzt diese Zahlen, die irgendwie mit sich selbst quadriert plötzlich was Negatives ergeben? Und da kommen wir dann raus bei den komplexen Zahlen. Und die komplexen Zahlen sind definiert als folgendes. Wir haben die Zahlen als Menge definiert, wie vorher auch. Dieses C hier bezeichnet alle möglichen komplexen Zahlen und zwar als eine Menge aus A plus B mal I. Wobei A und B reelle Zahlen sind. Das bedeutet, wir haben alle Zahlen, die möglich sind, irgendwie 1,5 oder minus 2 oder Pi oder, oder, oder. Jede reelle Zahl plus eine andere reelle Zahl mal I. Und wie gesagt, I ist dieser imaginäre Anteil. Das ist eigentlich eine zusammengesetzte Zahl. Weil wir können I nicht anders definieren, nicht anders darstellen. Aber wir können ja gleichzeitig auch irgendwie 2 plus I haben. Oder minus 2 plus I oder minus 2 minus I. Das geht ja alles. Und dementsprechend müssen wir das so als zusammengesetzte Zahl darstellen. So, und ja, das nennt sich normalerweise, oder wir bezeichnen diese komplexen Zahlen normalerweise als Zahl, als Z. Und sagen A plus B mal I Element C dazu. Das heißt, A plus B mal I, das ist meine komplexe Zahl Z. Und die ist Teil aller komplexen Zahlen, logischerweise. Und dementsprechend Element von C. Okay, cool. Und darauf kann ich mir jetzt weitere Sachen definieren. Nämlich einmal den Realteil. Und jetzt ist es hier ein bisschen leichter, wenn wir erstmal das mit dem I verkraftet haben. Dann ist der Realteil relativ einfach definiert als RE von Z. Also RE von genau dieser komplexen Zahl hier oben einfach als A. Und das A ist natürlich, wie wir es hier oben auch definiert haben, eine reelle Zahl. Das bezeichnet einfach nur den Realteil von der komplexen Zahl. Das heißt, der Realteil ist einfach die Zahl, die vorne steht. Wir haben, das ist einfach alles außer I. Also das, was mal B mal I, das fällt einfach weg. Das lassen wir weg. Wir nehmen nur das A raus und das ist dann unser Realteil.